So, probieren wir es mal weiter. Ich habe ein bisschen wissige Judy und sichere dir den Sieg. Ich kann sie nicht mehr wegschnappeln. er wird gerade aus dem attack das kann es jetzt noch mal ohne es ist ein kämpfer ja let's go sakrallanzer hält es schießt, wer hätte das gedacht die panzerhände sind ehelatte ein bisschen monetas, speichern wir hier einmal wieder zwischen damit haben wir das letzte gebiet dann auch fertig zehn strategie ressourcen und dann können wir einfach noch große brücke von myrdin so das wird ein kleines schnittfest werden das ist normal gut ok uh, was waren denn hier? benötigte items? und belohnung? du hast dich auf der hilfseinheit getroffen, um dringend benötigte vorrede auszutauschen äh, wenn wir die neuen verstärkenen armeen für drei veredel und steine bekommen wir uuuuh, wie viel ist das? ja, let's go das ist noch der hier, ne? da gibt es eine strategie materialien für den brückenbau gesichert okay, dann müssen wir hier mal eine Schlacht vielleicht sein äh ödere pioniere auffordern sich so fort an die aber äh brückenbau ok keine richtigen soweit aber ich geh auch definitiv nochmal zurück und zwar haben wir vier trainingseinheiten, die wir machen können ähm ok halt, das ne meister äh zock das sind halt alle schon fast ein Max, ne? da bernit kann nachhofen äh Quatsch, äh Dorothea kann nachhofen Max werden aber Max wird da noch auch noch hier müsste ich halt zwei neue reinsetzen Prägeratus auch schon auf Max Ferdinand okay wir hatten nichts mit dem ich da großartig trainieren lassen könnte, ne? da kommt man einfach so könnte auch mit mir trainieren denke ich so es ist das magias es ist das magias es ist das magias ich brauche halt für das was ich machen möchte leider immer noch oberstufensiegel leider keine mittelstufensiegel ich trinke immer nur mittelstufensiegel gespräch es ist schön es ist so schön das ist es ist so schön es ist so schön auch feldinand oder die das stimmt es ist egal, dass die horeer werden es ist das Ich weiß nicht, dass die Wälder nicht immer die Wälder zu sprechen. Oh, das stimmt. Wenn man sagt, dann ist es so. Du bist plötzlich geworden. Sie sind in einem Schoen-Tag. Sie sind in einem Schoen-Tag. Du hast keine Wälder zu sagen. Du bist ein lustig. Es ist ein Mensch, was du. Es ist ein Mensch, was du. Es ist ein Mensch, was du. Ich bin froh, dass du zu Eidl-Garut gewonnen hast. Ich bin froh, dass du. Ich bin froh, dass du. Was hast du? Super, ich bin froh. Ich bin immer noch mit dir. Ich bin immer wieder mit deinem eigenen Dinge. Wenn du dich mit einem Schmack stimmst, dann wird es kein Schmack zu verbreiten. Es ist nur ein Schmack zu machen. Wenn du es in der ganzen Herausforderung wirst du das Leben über alles über die Möglichkeit über die ganze Möglichkeit wird deinem eigenen König zu erreichen. Ja, ich bin auch ein Schmack zu machen. Also, in der Kraft sind es auch ein Problem. Was ist das? Ich bin kein Geheimnis. Was? Ich bin kein Geheimnis. Das ist so. Wenn du dich zu viel Kraft auszusehen und nicht mehr Kraft auszusehen, wenn du dich nicht mehr Kraft auszusehen kannst? Ich bin ein Zeug, aber ich bin Ferdinand. Was ich? Ich bin Ferdinand, aber ich bin Ferdinand. Ich weiß, was du bist. Genau. Wenn du, 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 wenn du dich wirst, dann bist du immer ein Allerfahrer. Allerfahrer, 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 allerfahrer. Das ist mir auch. Na wirklich? Wie soll ich alles auf dem Allerfahrer machen? Eine Einrichtung ist immer noch erweiterbar. Stoppst wieder die Fetsche-Taste. Ich heiße das. Äh, verwalten. Nein. Fertig. So, das ist immer hier. Äh, entsendern der Erkundungstrupp, äh, die den weit rund um das Lager eröffnet, wenn man ermöglicht ist, die Expedition den Wald zu besuchen. Oh, okay. Das ist immer hier. Äh, die Chance verpackt beim Kochen. Dann, wollen wir uns das doch direkt auch mal anschauen, wenn wir schon dabei sind, oder? Äh, Takedera Archivarin, Stratege, Klingmeister, Arbeitsmeister. Grin, sorry. Kannst du dir was beurteilen? Ich denke, ich kann jetzt hier irgendwo was... Au, der Wald ist wahrscheinlich bei Expeditionen verfügbar. Ich bin, glaube ich, nachher. Ähm... Ich bin, glaube ich... Ich kann noch mal kurz, nachdem ich diese Folge auch genommen muss, kurz nochmal die Sound-Einstellung und angucken, ob das passiert. Äh, mit HP und Constance kurz mal Pferde fliegen. Let's go. Was ist das? Etwas gestiegen, hab den Konsens oder etwas erhöht, keine Reposition. Wir müssen uns alle verabschieden, okay? Okay, dann... bleibt uns jetzt eigentlich nur noch der Stratege und der letzte Kampf, würde ich sagen. Wir sind auf welcher Stärke! Ambrosia und noch ein Mittelstufensiegel. Maaannn! Der große Crew von Myrdim. Der hat vorher gespeichert, let's go. I can't get the one who is killed. If you get the one out of Grosstahl, please try it. As I said earlier, I'll be able to kill you in the future. I can tell you, as some of the other enemies have been able to attack you, I don't think we'll be able to kill you. Ich habe keine Ahnung, dass ich nicht mehr von mir verletzungen habe. Aber ich denke, dass ich nicht so gut bin. Ich habe mich nicht verletzungen, was ich nicht verletzungen. Ich habe mich nicht verletzungen. Ich habe mich nicht verletzungen. Es gibt viele Dinge, auch hier. Wieso haben wir diese Vergnung für dich? Ich denke nicht, okay? Du solltest es einfach. Ich möchte nur zufrieden, aber es ist, dass es sich nicht mehr... Dann können Sie mich verabschieden. Ich werde die anderen, dass ich sicherlich entscheiden muss. Man muss es schaden, man muss es schaden, man muss es schaden. Man muss es schaden. Man muss es schaden, wenn man es schaden muss. Man muss es schaden. Man muss es schaden. Man muss es schaden, wenn man etwas schaden. Man muss es schaden. Man muss es schaden. Man muss es schaden. Man muss es schaden. Ja, ich bin für alle. Ich bin für mich. Ich bin für alle. Ich denke, es reicht. Ich bin für alle. Ich bin für alle. Ach du heilige Scheiße, äh, Lorenz und Graf Glowkester werden besiegt, Gladys Lover wird besiegt, äh, Brückenbau, dann kommen wir schneller da hoch, kosten wir noch Balthus überzeugen, wie Gnall zu überzeugen, Lorenz überzeugen, ach du Scheiße, okay. Kosten aber alle nicht viel, die drei nehme ich nur mit. Das ist eigentlich jetzt nicht so schlimm, dass da keine Brücke zwischen ist, ich meine, ich lappe auch außen rum, da hinten ist der Schlüssel schon zu sehen, krass, okay. Ähm. Oh ja, das ist gut, okay, ich denke, das sollte gehen. Was schießt, ist halt oben komplett insane. Ja, gut, okay. Auf geht's. Und da starten wir unseren Angriff. Äh, bisher geht's schon mit Froskern von Hilfe, Gladys Lover. Äh, bisher geht's schon mit Froskern von Hilfe, Gladys Lover. Äh, besetzt die Ball weg und sichere den Weg für Gladys Lover. Und tschüss. Der ist perfekt. Gone and never be seen again. Wo ist hierzu der... Wo ist denn der Kommandant von diesem Ball weg? Gibt's keinen? Da, Basis-Kommandant. Den wollte ich haben. So. Zu meinem Glück ist das ja auch ne, äh, verpisst euch. Naniyara, sag mal, ich weiß nicht. Äh, besitze das westliche Bollwerk. Wen kann ich denn da hinschicken? Ist da irgendwer gut gegen? Warte mal, hier war irgendwer gerade gut dagegen. Guck mal, da kann ich jetzt erstmal trotzdem nach da schicken, wie besser das besetzen. Ich kann es nicht mehr, um das zu besetzen. Er hilft hiermit aus, sie ist auch unten gut, das heißt, sie geht da mit hin zum besetzen, so du gehst und machst erstmal hier ein bisschen Action. Wen habe ich jetzt noch nicht, Bernie habe ich noch nicht. Bernie darf gerne einmal hier oben angreifen. Das sind jetzt alle. Na gut, ich selber halt, ne, aber das ist ja erstmal Latte. Also, warte mal, ne, stopp, Bernie geht, wo ist denn Bernie jetzt hinter? Bernie geht, das sie besetzen, so. Das ist ja erstmal, dass er, wenn ich jetzt noch nicht kundig. Ich halte dich, wenn ich ihn nicht vor. Aber das ist ja, wenn ich ihn nicht verlang. Bis zum Beispiel. Oh, hier komme ich noch gar nicht durch. Äh, das ist natürlich an Lackers. Kann ich denn hier... Auch mal ganz kurz, warte mal. Oh, sie ist hier hinten noch. Ähm, kann sie das so zerstören? Nee, kann sie nicht. Okay, warte mal, dann ist es auch egal. Dann kann sie noch... ...da mithelfen. Sie nimmt einfach das hier an. Ich würde jetzt einfach alles einnehmen, was ich kann. Hier müsste ich noch vergleichen. Wir haben das festliche Bewege eingenommen, das ist doch schon mal schön. So, dann haben wir uns hier schon mal die Basen. Oh, da ist Ignaz. Wo ist Ignaz gekommen, da ist Ignaz gekommen, okay, ähm, da ist Ignaz, Ignaz. Ja, okay, Apekeks, man... Ja, Apekeks. Ähm, du sollst das da angreifen, du schnappst immer noch den da, du auch. Ich komm da halt nicht weiter, ne? Also, weder da noch da. Ich muss... Also, ich komm zu ihr gerade noch gar nicht hin. Ich hoffe, dass hier noch mehr aufgeht. Hab ich eine fliegende Einheit? Nee, nur eine berittene Einheit, ne? Harte mal, kann ich denn... Wo ist denn meine berittene Einheit? Da vorne. Da muss ja keine Pegasus sein. Und der kann ja maximal springen, ne? Okay. In dem Zeitpunkt mit Ballisten zurück. Da war man. Da oben komm ich ja noch nicht rein. Das heißt, ich hab ein bisschen riesige Ignaz. Genau, wir gehen jetzt einfach Ignaz klatschen. Ich nehm hier nochmal ganz kurz noch Drive-By-Kurz auf die Basis mit. Ach, da ist noch ein Schütze. Hi, Master. How is it going? Oh, da haben wir den Faustkämpfer. Hi, Balthus. Na, das glaub ich noch nicht. Ich glaub, es ist ja unten eine Seele bei Balthus. Ich hab deinen Faustkämpfer.